Okay, zwei Sachen, die mich momentan sehr nerven. Erstens mal die Frage, wo ist denn überhaupt German Let's Play? Nun, er selbst hat einen Ersatzkanal, einen Ausweichkanal erstellt. Und wer German Let's Play guckt, der sollte das eigentlich wissen. Und dieser lautet German Let's Fail. Hört bitte auf, mich deswegen zu nerven und mich jedes Mal zu fragen, ja? Äh, also blablabla. So, zweite Sache. Wenn noch einmal dieser blöde Spruch fällt, ich hab dich nur abonniert, weil German Let's Play das gesagt hat, dann werde ich diesen Post löschen. Es langt, es ist nicht lustig und es nervt. Tschüss!